Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Transportfever 3 Flussland. Gott, da muss ich noch mal überlegen. Ja, heute machen wir uns was Besonderes, mehr oder weniger. Also heute kümmern wir uns mal ein bisschen um den Überlandverkehr. Aus zwei Positionen, um genau zu sein. Einmal hier von Niederwörresbach aus. Ne, das war eigentlich... Nein, das war eigentlich... Oh Gott. Niederwörresbach war da hinten. Einmal von Hoherbruch aus, dass wir halt hier diese ein bisschen versorgen. Also diese zwei Städte, sprich Bärbaum und Zudar. Und aus Wallen werden wir uns dann um Grävenwiesbach, Grothusenkob und Weitersbach kümmern, dass die eine Anbindung bekommen. Und von Mittelbrunnen aus werden wir uns dann hierhin begeben. Und das ist jetzt die Frage. Eventuell von Siegrön aus für den anderen. Der Plan ist, glaube ich, der Plan ist, das ist so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie stark die Frequenz da sein wird. Nicht ganz so stark, aber halt, um ein bisschen das so zu entlasten. Und das ist so, die wir uns dann wieder anbindungi. Und das ist so, was wir dann noch nicht anbindungi. Ich weiß nicht, wie stark die Frequenz. Ich weiß nicht, was wir jetzt hierhin. Aber wir sehen uns dann hierhin. Bis zum nächsten Mal. 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 Mal. Mal gucken. So. Mal gucken. 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 Bis zum nächsten Mal.